Musik Damit haben wir herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Gamepalettes, ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr dabei seid und wir gehen heute mal wieder in Richtung X-Plane 11 hier auf dem Kanal, weil in letzter Zeit kam ja recht viel von dem Real Life, zum Beispiel der Ausflug nach Frankfurt mit Philippe, dann das ganze Zeug mit meinen Bewerbungen und so weiter, da wird auf jeden Fall auch noch eine Menge dazu kommen, weil ich finde, ich bin kein richtiger Gaming-Kanal, sag ich jetzt mal, klar, wir heißen Gamepilots, aber das Ganze ist halt entstanden durch X-Plane 11, wie halt auch unser Kanal begonnen hat und ich finde halt, dass ich mich ein bisschen von den anderen abgrenze, weil ich halt das ganze Zeug noch mache drumherum, wie man dann tatsächlich Pilot wird und ich hoffe halt einfach auch, dass das halt alles glatt läuft, dass ich halt den Sinn vom Kanal, sprich die ganze Ausbildung euch noch zeigen kann, wie das Ganze abläuft, dass wir dann von dem Nullpunkt, sag ich jetzt mal, klar, ich wusste davor schon ein bisschen was von Simulatoren und sowas, aber noch nie so richtig was von den richtigen Ausbildungen, wie es wirklich ist und dann bis zur richtigen ATPL und dann das Berufsleben, das möchte ich halt erreichen mit diesem Kanal und da darf halt X-Plane 11 nicht fehlen, aber da kommt natürlich auch eine Menge von meinem Privatleben, sag ich jetzt mal, mit rein und heute geht es mal wieder ein bisschen um X-Plane 11 und zwar haben viele von euch gefragt, was ich denn so für Add-ons jetzt in dem Monat reingemacht habe, wo jetzt der Kanal besteht und zwar habe ich da mir hier mal eine Add-on-Liste angelegt und werde euch daran jetzt mal ein bisschen erklären, was ich da jetzt so reingemacht habe. Klar, es ist nicht extrem viel, aber es ist meiner Meinung nach extrem ausschlaggebend für das Spiel gewesen, dass es halt jetzt viel, viel besser geworden ist und noch ein bisschen realistischer, sag ich jetzt mal. Und zwar fangen wir an mit Fly with Lua. Ja, das ist das letzte, was ich mir reingemacht habe tatsächlich mit dem FreeJ Cabin Sound, weil für manche Add-ons braucht ihr halt dieses Fly with Lua. Und das ist einfach nur sowas, das könnt ihr dann oben anklicken, Fly with Lua und darüber läuft dann zum Beispiel FreeJ Cabin Sound. Also das hat jetzt keine richtige Funktion. Ihr könnt da Hilfsmittel einstellen, aber die habe ich alle ausgestellt, weil das sind halt so, ja, ist cool zu haben, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Und, ähm, FreeJ Cabin Sound, das funktioniert wie gesagt nur mit dem Fly with Lua in Verbindung. Ich werde euch das übrigens alles, äh, diesen Teil hier unten in die Infobox reinschreiben. Könnt ihr gerne draufklicken, wenn ihr möchtet oder euch das Ganze mal angucken. Ähm, ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und, äh, schaut auf jeden Fall auch meine Videos, zum Beispiel das letztens, ähm, mit der Notlandung an. Da sind die ganzen Sachen schon mit drinne. FreeJ Cabin Sound hat leider im letzten Video noch nicht funktioniert. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat, weil davor hat es immer funktioniert. Das ist einfach ein kleines Feld, das könnt ihr anklicken in diesem Fly with Lua oder direkt unten so ein bisschen sichtbar auf eurem Display, dass ihr da zwischen sechs oder sieben, glaube ich, verschiedene Ansagen wählen könnt von dem Piloten. Da kommt dann so eine Tonspur. Ähm, ja, wir landen jetzt gleich oder bla bla. Und das halt auf Deutsch und Englisch, so ganz normale Ansagen vom Cockpit aus. Und ich finde, das ist richtig, richtig cool. Und, äh, das macht halt auch Spaß, wenn man dann so in den Vorbereitungen ist und dann hört man so eine, so eine, so eine Ansage. Das macht das Ganze halt noch ein bisschen lebendiger, sag ich jetzt mal. Dann die Zibo Mod Boeing 737. Ähm, es ist ja standardmäßig eine Boeing 737 mit drinne im Spiel. Ähm, das Ganze hier ist aber eine Verbesserung, sag ich jetzt mal. Ähm, ihr könnt viel mehr Schalter betätigen, die im normalen, Default Boeing 737-Teil noch nicht simuliert sind. Und dazu tatsächlich eine ganze Menge. Auch mit dem FMC, ähm, gibt's viele, viele, viele Neuerungen, wo es Ganze halt sehr, sehr, sehr realistisch macht. Genau, so viel dazu. Und, ähm, als nächstes Landing Speed. Äh, Speed. Hier steht ja in Klammer, zeigt, wie gut deine Landung war. Ja, ja, das war dieses kleine Feld, was einem immer anzeigt, hier links in den letzten Videos. Good Landing, excellent Landing, äh, irgendwie you are fired oder sowas bei meiner Notlandung, weil die halt nicht so sanft war, da wir halt auch nur ein Triebwerk hatten. Und das zeigt, gibt euch halt immer ein direktes Feedback, ähm, wie ihr dann zum Glück, äh, zum Glück, äh, dadurch schnell zu einer guten Landung kommt. Ihr könnt ja immer diese Übungs, ähm, Vorlagen wählen vom X-Brain 11, wo ihr dann, äh, den Landeanflug schon habt. Und dann könnt ihr halt so lange üben, bis ihr halt relativ oft eine excellent Landing oder eine perfect Landing habt. Und es gibt euch dann auch noch drei Informationen, was euer Speed war, ähm, wie eure Nase, also wie, wie hoch der, 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 Anzahl war, äh, wie hoch die Nase bei euch war und so weiter und so fort. Genau. Realistic Headshake, ähm, genau. Realistic Headshake ist was Kleines, aber Feines, sag ich jetzt mal. Das trifft sehr gut, äh, zu. Und zwar ist es sowas, wenn wir zum Beispiel, ähm, landen und mit der Maschine auf den Boden aufkommen, dass dann unser Kopf natürlich nicht komplett gerade bleibt, sondern so ein bisschen abschaukelt, sag ich jetzt mal. Und das stellt es zum Beispiel dar. Oder wenn wir zum Beispiel eine Kurve fahren und wir fahren so, dass sich dann unser Kopf direkt mitdreht, also im, äh, im visuellen Sinne des Spiels. Ähm, ist auf jeden Fall relativ cool, ähm, muss man jetzt nicht unbedingt haben, sag ich jetzt mal, aber ich fand, es ging sehr schnell runterzuladen, einfach runterladen, einfügen. Das steht übrigens immer dabei in der Readme-Datei normalerweise oder direkt bei explain.org, wo ihr übrigens einen Account besitzen müsst. Ähm, hab ich auch schon öfters mal gesagt, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht mit dem Runterladen. Genau. X-Rars, ähm, das ist sowas, das zeigt euch einfach, das gibt euch einen besseren Überblick über die ganzen, ähm, Airport-Runways und so weiter und die Taxiways und so und so. Das ist halt, ähm, da wird die Grafik von den Taxiways und die ganzen Lichter nochmal hochgepusht, sag ich jetzt mal. Und, äh, das scheitert sich dann so ein bisschen ab vom Normal-, von der normalen Grafik. Also es wird relativ detailliert, sehr, die Farbe wird nochmal hochgepusht ein bisschen und, ähm, ja, ist auf jeden Fall relativ cool. Äh, so könnt ihr auf jeden Fall die Runways auch viel, viel besser erkennen, beim Landen, äh, vor allem. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall cool zu haben. Autogate funktioniert leider nur mit passender Scenery, ähm, wurde mir auch von einem Abonnenten vorgeschlagen. Und zwar ist es das, dass beim X-Brain 11 halt einfach, ähm, der, das, äh, das Gate-Away heißt es ja, also der Schlauch, an das, ähm, Flugzeug dran fährt, an die Tür. Habe ich jetzt tatsächlich bei mir noch nie ausprobiert, beziehungsweise, ähm, hab noch nie geguckt, ob das überhaupt geht, weil ich ja heute auch keine passende Scenery hab. Also da habe ich mich noch nicht gut genug informiert, ähm, ist aber auf jeden Fall cool und bringt nochmal wieder ein bisschen Realitätsgetreu rein. Airport Environment HD, das macht eure, euren ganzen Flughafen grafisch nochmal sehr, sehr hochwertig. Und, ähm, ist so, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, den Flughafen Frankfurt habt, dass da jetzt nicht nur wie so ein Kasten der Flughafen Frankfurt ist, sondern dass da halt auch mal ein bisschen Environment ist, also Umwelt. Das heißt, es werden verschiedene Bäume, verschiedene Häuser noch detailliert dargestellt im Umkreis von dem Flughafen, verschiedene Straßen nochmal besonders hervorgehoben und, äh, genau, so, und, ähm, das macht halt den ganzen Flughafen noch ein bisschen frischer und lebendiger, sag ich jetzt einfach mal. Reshade, meiner Meinung nach das wichtigste Add-on, was ich habe und auch das Beste. Reshade habe ich ja mal schon mal ein extra Video dazu gemacht, macht eure komplette Grafik, ich, ich, ich weiß, es gibt gar kein Wort dafür, es macht es halt einfach viel, viel, viel besser und viel cooler. Die ganzen Farben werden frischer, es gibt eine Nacht-Einstellung, wo dann zum Beispiel die Sonne noch einen bestimmten Effekt hat, dass es halt richtig, richtig schön aussieht und, äh, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel aus. Genau, X-Life, ähm, wurde mir auch von euch vorgeschlagen, im Prinzip wurde mir eigentlich alles von euch vorgeschlagen. Ähm, weil ich mich da tatsächlich nicht so auskenne, ich konzentriere mich da lieber so aufs Fliegen und das Ganze. Und, äh, aber das ist schon richtig, richtig cool, so eine Community wie euch zu haben, die einen dann wirklich so richtig coole Vorschläge auch, ähm, gibt. X-Life ist, äh, das, was wir auch im letzten Video aktiviert hatten, dass halt einfach auf dem Flughafen mehr los ist und das halt auch mal zum Beispiel ein Flugzeug landet oder auch startet. Ihr könnt dann auch die Routen auswählen, wo die Flugzeuge dann direkt lang fliegen sollen und so weiter, dass ihr halt nicht so alleine zum Beispiel auf dem Frankfurter Flughafen rumsteht, ohne dass da was anderes ist. Das ist natürlich sehr unrealistisch. Genau, Audio Bird 5.1 FMOD Soundpack, ähm, funktioniert jetzt bei mir, bei der Boeing 737, Zibo-Mod. Könnt ihr aber auch für die Default 737 runterladen, das ist halt einfach, ähm, da wurden alle Tonspuren, beziehungsweise Toneffekte von den Schaltern zum Beispiel überarbeitet und das Ganze noch ein bisschen realistischer gemacht. Könnt ihr aber auch für die Doppelkarte von den Schaltern zum Beispiel überarbeitet und das Ganze noch ein bisschen glatt? Genau, könnt ihr aber auch einen direkten Vergleich sehen auf dem Kanal, in dem ihr einfach ein älteres Video anschaut, zum Beispiel Startvorbereitung Boeing 737 und dann zum Beispiel jetzt ein neueres Video, wie zum Beispiel wir fliegen nach Köln oder sowas in der Art. Könnt ihr auf jeden Fall die verschiedenen Arten davon sehen. Terrain Radar und Vertical Situation Display. Das habe ich mir zusätzlich mal runtergeladen, das war mit dem Audio Bird mit dabei. Das ist das ihr bei der 737 Cibo Mod. Ich glaube bei der Default geht es nicht. Auf den Terrain Knopf drückt und dann erscheint bei eurem Radar so eine Linie, die so durchgeht und dann zeigt die euch so den Terrain an in eurem Umfeld. Zum Beispiel wenn ein Berg ist, wird es dann rot angezeigt oder wenn es halt sehr flach ist, dann grün oder gelb. Und so könnt ihr dann in bergigen Situationen, zum Beispiel über den Alpen oder sowas auch sehen, wo jetzt zum Beispiel Berge sind beim Landen und so weiter. Genau, das war es jetzt eigentlich auch schon zu meiner Add-on Liste. Falls ihr noch Vorschläge habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder falls ihr mal eins genauer erklärt haben möchtet. Bin ich immer für euch zur Verfügung da und ich hoffe, ihr konntet jetzt mal ein bisschen so einen kleinen Einblick in mein X-Men 11 bekommen. Was ich jetzt schon alles drin habe, klar ist es nicht so viel, aber es ist schon einiges Wichtiges mit dabei, was halt das Spiel extrem cool macht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht da auch mal das eine oder andere runterladet und euch selber mal ein Bild davon macht. Und genau, das waren jetzt einfach mal so meine persönlichen Tipps und meine Add-ons für euer Spiel. Und damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich fürs Einschalten bei euch und wünsche euch viel Spaß mit den Add-ons und würde sagen, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Bis zum nächsten Mal und Tschüss!